Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat vier Todesfälle gegeben. Okay, also wir sind jetzt im Newton-System. Falls ihr euch fragt, wo wir gerade sind, das ist ja noch hier offen in dem Cluster. Dann schauen wir doch mal. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen. Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet. Auf Akkuse. Das kann nichts mit dem zu tun haben, was mir auf Akkuse passiert ist. Diese Dreschlunde haben Dutzende von Soldaten getötet. Wenn das kein Unfall war, müssen wir es wissen. Commander Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. Fünfte Flotte Ende. Wayne interessiert es auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Das interessiert uns natürlich, wenn wir etwas über Shepard herausfinden könnten. Ich frage mich, ob man diese Aufgabe auch kriegt, wenn man nicht den Kriegshelden gewählt hat. Dann hat man ja nicht auf Akkuse gekämpft. Und darum. So, ich nehme an, hier müssen wir hin. Wir schauen uns erstmal kurz noch die anderen Planeten an. Ganz fix. Auf denen wir bestimmt auch irgendwas finden werden. Zum Beispiel hier wieder mal eine Matriarchenschrift. Beim Scannen des Planeten Clankory haben Sie das Cockpit eines Wohllos Handelsschiffes gefunden. Nur das Cockpit finde ich auch schön. Der Rest des Schiffes konnte nicht geortet werden, aber das Bebergungsteam fand in dem Fragstück eine der Schriften der Matriarchen Delinaga. Ja, grandios. Ausnehmend schön. Ansonsten finden wir hier noch ein Gasvorkommen. Das ist schön. Auf dem letzten Planeten finden wir wahrscheinlich nichts auf Sezmose. Nein, natürlich nicht. Und damit können wir landen auf Ontharum. Bis gleich. Und da sind wir auf Ontharum und haben interessante Tierchen hier. Tun die uns was? Was sind das für welche? Was seid ihr denn für lustige Gesellen? Die sind ja putzig. Kann man die sich mitnehmen als Haustierchen? Ich hoffe doch, dass der Torianer an irgendetwas anderem gestorben ist und nicht an diesen Viechern. Na gut, wir lassen die mal. Auf jeden Fall haben wir hier unten was. Eine Torianische Leiche. Mal schauen, was wir von der erwerben können. Ein Artefakt. Das ist grandios. Haben wir heute noch gar nicht gehabt. Torianische Insignien gefunden. Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was mit diesem Torianer geschehen ist. Er hatte ein altes Papierbuch bei sich, auf dessen Umschlag sich die Insignien des Bostra-Außenpostens befanden. Sehr schön, sehr schön. Wir sehen uns bei der nächsten Fundstelle wieder. Ist schon ein interessanter Planet hier. Also bis gleich. Und dort unten ist unser Ziel, die Forschungsstation. Wir sehen schon, die wird verteidigt. Wir wissen zwar noch nicht von wem, aber sie wird von irgendjemandem verteidigt. Huch. Mensch, der Marco, der hüpft wieder lustig durch die Gegend mit seiner Flungenphysik. Großartig. Ich weiß gar nicht, ob dort jemand ist, wo ich gerade hinschieße. Ich glaube, das ist bloß irgendein Söldner. Aha. Das war, glaube ich, bloß irgendein Einrichtungsgegenstand sozusagen. Oh. Oh. Das sind ja noch ein paar. Da jumpen wir doch einfach mal durch und schießen einfach wild rein. So, zack. Huhuhu. Ob der diesen Sturz überlebt? Ich glaube nicht. So, das war's auch für den letzten Söldner. Da bin ich doch mal sehr gespannt, was die hier für uns zu verstecken versuchen. Bleib stehen, Marco. Nicht abhauen. Und wir gehen ins Gebäude. So, zücken wir auch mal die Waffe. Tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Ich glaube, es ist gar kein... Oder ist das ein Mensch? Man weiß es nicht. So, wir sollen ein bisschen Medigale. Schnappen wir uns ein paar Upgrades. Und dann... Nehmen wir auch hier hinten noch das Zeug mit. Warum nicht? Gut. Dann wollen wir mal schauen, was uns hier schön erwartet. Ob uns denn hier Gegner erwarten? Ja, ich sehe sie doch schon. Bestimmt wie der Söldner. Das sollte eigentlich nicht machbar sein, wenn ich nicht mal. So. Vorsicht! Natürlich. Vorsicht! Los, los, los! Los, los, los! Dieses los, 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 nervt mich immer. Das klingt immer voll nach Salarial an. Oh, fuck, fuck, fuck. Hörst du mal bitte? Danke. So, ich glaube, ich brauche mal einen Overkill. Schieß! Immer draufhalten auf die Säcke. Einfach stehen bleiben. Draufhalten. Und warten, das ist... Oh Gott, 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 Gott. Nimm bitte ein... Oh, renn, 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 renn. Scheiße. Das war nicht so gut. Ich glaube, ich sollte in dem Gang hinten stehen bleiben. Ich habe gerade auch in meinem Überschwang mit dem Overkill gar nicht mitgekriegt, dass beide gestorben sind. Beide Teammitglieder. Das sollte man anders lösen. Ich bin hier. Ja, das weiß ich. Das ist auch sehr schön. Das freut mich auch total, dass du hier bist. Aber eigentlich wäre es mir lieber... Vorsicht! Wenn du vor allem siegleichen aus diesem Kampf gehen musst. Oh! Nein, ich möchte nicht, dass du die Waffe wechselst. Ich möchte eigentlich, dass du den Overkill machst. Und ihr könnt eigentlich mal... Was könnt ihr denn mal machen? Überlastung? Schilde? Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Du hast die Schilde weg. Ich halte voll drauf. Und dann hoffe ich doch, dass wir hier möglichst viel wegräumen können von denen. So. Das war es schon mal für den... ...Dienst, für den Pogane. Der steht wieder auf. Wirst du mich verarschen. Gut. Äh. Wir könnten mal Schilde brauchen. Den empfunden, den haben wir gleich weg. Komm, die Waffe wieder aufladen. Jetzt mach halt. Ich hasse Pogane. Ich hasse Pogane. Schieb mir den. Oh, fuck. So, dann holen wir uns erst mal den Pogane hier vorne an der Ecke. Noch ein Medi. Noch ein Medi. Gott, verdammt. Was ist denn das? Halleluja. Das ist ja grandios hier. So. Wenn der versucht jetzt auch nicht klappt, dann mach ich das abseits der Aufnahme. Den einen will ich mir noch gönnen. Wenn der nichts wird, dann eben abseits. Dann habt ihr es nicht gesehen. Beziehungsweise, vielleicht schneide ich dann einfach den Reiter, der funktioniert hat. Das könnte man auch machen. Ich sollte die Waffe wechseln. Oh, nehmen wir mal die Kramkern. Warum nicht? Oh Gott. Halleluja. Oh, was geht denn? Okay. Das läuft gerade schon wieder total aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. So, holen wir uns erst mal den. Das ist Pogane, Alman. Nimm doch mal diesen Typen hier weg. Was? Was kommen die denn immer hier ran, geschissen Mensch? Könntest du mal gehen, bitte? Ach, der rennt nicht. Er rennt nicht. Ah. Okay. Ich schneide jetzt das rein, das funktioniert. Verstanden? Ne. Weißt du, ich mache einfach ohne das erste Hint. So. Also, sobald alle tot sind, werdet ihr es sehen. So, ihr dürft wieder dabei sein. Ich habe gerade mal einen etwas ungloriosen Kampf hier geführt, in meinem Land, indem ich einfach mich mal zurückgezogen habe in den Gang da hinten. Und jetzt dürft ihr aber wieder mit dabei sein, von hier aus, wenn ihr seht, wie ich hier den Kampf abschließe, auch wenn das jetzt gerade nicht so glorreich war, weil die Drecksäcke mir sich gerade schon wieder so ein Schild draufgezaubert haben. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den Kroganer aus dem Weg geräumt hier. Damit sind es nur noch zwei Menschen. Das sollte doch machbar sein. Da. Versuchen sie es hier mit irgendwelchen Guerilla-Taktiken. Mal kurz vorbeischauen und draufhauen und dann wieder abhauen. Ne, so geht es nicht hier. Ja, Tali hat es gerade immer wieder erwischt. Das tut mir auch sehr leid für Tali. Vielleicht klappt es ja diesmal. Auf jeden Fall sollte ich mal sammeln bei ihr einstellen. Das habe ich nämlich vorhin auszusehen durch Bargeras gemacht. So. Und jetzt stelle ich mich mal schützend vor sie. Wenn man jetzt hier eben nicht gleich wieder umkippt. Komm, jetzt können wir das auch so machen hier. Das war's für den Ersten. Und der Letzte, der ist jetzt auch noch dran. Viel Knall und viel Bumm und was weiß ich nicht noch alles. So, komm mal her, Kollege. Das war's für dich. Heieiei, das war aber eine schwere Geburt mit den Söldnern. Hier, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber es waren doch relativ viele. Und man muss auch sagen, wenn man sich nicht in diesen Gang zurückzieht, dann wird man noch sehr schnell umzingelt wird in dem Raum. Das ist nicht so schön. Survivor, okay. Und dann kriegt man eben auch schnell auf die Fresse. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Ja, ist nicht so schön. Aber manchmal muss man eben auch ein bisschen taktisch kämpfen, was dann ziemlich unansehnlich ist, wie ich es gerade gemacht habe. Der Kampf hat auch eine Weile gedauert dadurch, dass ich mich dort zurückgezogen habe. Aber ich war eben relativ sicher. Das ist halt der Vorteil gewesen. Und nachdem wir das Ding jetzt hier geknackt haben, können wir dann endlich mal sehen, was ist denn hier mit dieser ganzen Anlage überhaupt auch sicher. Das wissen wir ja immer noch nicht so genau. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall liegt hier schon wieder tot herum. Gut, der drüben ist zu, natürlich. Dann gehen wir mal hier rein und schauen, was es gibt. Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toomes, Sie sind verrückt! Sie brauchen Hilfe! Halten Sie den Mund! Das ist alles gelogen, Sie! Shepard? Mein Gott, Shepard! Sind Sie das? Jemand von Akkuse, nehme ich an. Toomes? Aber Sie waren auf Akkuse. Ich sah, wie der Dreschlund sie runterzog. Sie haben mich mitgenommen, Shepard. Die Wissenschaftler. Sie können das nicht beweisen! Dieser Mann hat Halluzinationen! Sie haben Tests mit den Dreschlunden durchgeführt. Sie haben dafür gesorgt, dass uns diese Dinger angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hoch erfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Toomes, ich... Ich habe niemanden gesehen. Hätte ich sie gesehen, wäre ich zurückgekommen. Das schwöre ich. Sie dürfen Toomes nicht glauben! Er kann nichts beweisen! Ich verlange einen fairen Prozess! Er war da, Sie Bastard! Er kennt die Wahrheit! Sie gehören zu einer Organisation, Cerberus. Die viele derartige geheime Tests durchführt. Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Dieser Mann hat den Tod verdient, Shepard. Für Sie, für mich und für jeden anderen aus der Einheit. Sind Sie dabei? Sie sind nicht so tief gesunken, Toomes. Sie sind nicht wie Sie. Sagen Sie mir nicht, wer ich bin. Sie sind mit ein paar Kratzern und einem schaurigen Ruf davon gekommen. Der Rest der Einheit ist gestorben. Und ich wurde jahrelang gefoltert, Shepard. Sie können nicht über mich richten. Sie haben nicht das Recht dazu. Toomes, hätte ich Ihnen auf Akkuse helfen können, ich hätte es getan. Aber ich kann Ihnen jetzt helfen, wenn Sie mich lassen. Okay. Ich bin kein Mörder. Sie konnten mich auch zu keinem machen. Hauptsache, er wird vor Gericht gestellt. Vielleicht werden die Schreie jetzt aufhören. Ich weiß es nicht. Diese Schweinehunde können Ihnen jetzt nicht mehr wehtun. Joker, lassen Sie die fünfte Flotte wissen, dass wir ein Schiff für eine Abholung benötigen. Zu Befehl, Commander. Toomes startst stumpf zu Boden, verloren in seinen Erinnerungen. Sie geben dem Wissenschaftler einen Schubs in Richtung Tür. Ihre Mission ist beendet. Ab hier werden die Allianzgerichte übernehmen. Wir verlassen direkt den Bunker. Und... Ja, wir haben jemanden von Akkuse wieder getroffen. Warte, wer bist du denn? Ist das der, der hier meilenweit geflogen ist? Ihr wollt mir doch nicht wirklich erzählen, dass er das überlebt hat, den Sturz nach da unten in das Tal. Na gut, von mir aus. Cerberus kommt ziemlich oft vor, muss ich sagen, wenn es um schaurige Experimente geht an den Leuten. Ist schon merkwürdig. Na gut, wie gesagt, wir werden im zweiten und im dritten Teil dann immer wieder auf sie stoßen und viel mehr über sie erfahren. Jetzt aber erstmal... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Natürlich. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Ich bin froh, dass Sie Dr. Wayne bei lebendigem Leibe festnehmen konnten. Nun können wir ihn vor Gericht stellen und einige Antworten erhalten. Corporal Toomes scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Hoffentlich kann ihm die Therapie wieder ein normales Leben ermöglichen. Hoffentlich hilft Ihnen das auch, etwas Frieden zu finden, Commander. Danke. Fünfte Flotte Ende. Gut, haben wir nochmal ein Danke gekriegt in den Schulterklopfer. Damit war es das auch für dieses System und auch für dieses Cluster der Kepler-Randsektor ist damit abgearbeitet soweit. Wir haben noch diese beiden Systeme, wo Wirrmaier und Ferros drin sind. Ich würde sagen, wir schauen erstmal hier im Century Omega vorbei. Ach, siehst du mal, da haben wir auch bloß ein einziges System, nämlich Hock, in dem auch Wirrmaier gibt. Und dann untersuchen wir mal alles außer Wirrmaier. Und im Anschluss daran geht es rüber zum anderen und dann können wir dort abschließen in Attica Beta. Denn dann sind nur noch die Hauptaufträge offen, denen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession widmen werden. Definitiv nicht mehr jetzt. Ich brauche eine Pause. Gut, ihr seid auch ansonsten nicht, stelle ich fest. Hier hinten vielleicht noch, auf Preskenal. Nee. Es gibt hier wirklich nichts außer Wirrmaier und Wirrmaier schauen uns jetzt noch nicht an. Das heißt, wir gehen nach Attica Beta und schauen erstmal hier im Herkules vorbei. Herkules-System. Hier wird es bestimmt noch mal einen Planeten geben, denke ich mal. Den wir erkunden können, vielleicht aber auch nicht. Neuer Nachrichteneingang. Ah doch, natürlich. Stelle durch. Natürlich. Normandy, hier ist das Allianz-Kommando. Wir haben Ihre Präsenz im attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über Gate-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Sie müssen landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die Gate sie finden. Oh nein, nicht schon wieder, Gath. Ich habe keine Lust auf die. Na gut, ist sowieso das Letzte jetzt. Von daher ziehen wir noch durch und dann haben wir es auch geschafft. Hier haben wir noch einmal ein Medaillon. Beim Scannen des Planeten Seedent haben sie ein großes Trümmerfeld mit im geosynchronen Orbit gefunden. Bei mehreren aufwendigen Bergungsmanövern fand Techniker Adams einige interessante Objekte, darunter auch ein Medaillon des Sarajana Obens. Schön, schön. Wir schauen noch kurz die anderen Planeten durch. Elethania, das ist bestimmt genau, das ist der, auf den wir müssen, Giftgefahr. Satoros hat etwas für uns. Schön. Ein Schwerbetal vorkommen. Ein bisschen Gold, das ist gut, das schadet nie. Wir gehen nach Elethania und sobald dort irgendwas Interessantes auftritt, melde ich mich wieder. Bis gleich. Da haben wir eine proteanische Ruine und sieht das nicht großartig aus. Ja, was ist das denn? Das wollen wir doch gleich mal ergründen. Wir können wieder etwas bergen, aber ich glaube, es wird letztendlich wieder bloß auf eine Datenlist rauslaufen. Schade eigentlich. Natürlich wird sich dann im zweiten Teil, da haben wir sowas ähnliches, dann auch wieder mysteriöse Kugel untersuchen. Oh. Die Untersuchung des seltsamen proteanischen Artefakts ergab, dass sich auf der Unterseite ein kleiner, unregelmäßig geformter Schlitz befindet. Irgendwie haben sie es manchmal mit den Artikeln, ich weiß auch nicht. Sie erinnern sich an das seltsame Schmuckstück, das sie von der Konsortin auf der Citadel erhalten haben, nehmen es heraus und setzen es in den Schlitz ein. Der Ball explodiert in einem weißen Lichtblitz, wodurch sie für einen Moment geblendet werden und die Orientierung verlieren. Ganz langsam kehren ihre Sinne zurück, als sie aus einem tiefen Schlaf erwachen. Sie sind alleine im Wald, aber nicht weit von den Höhlen entfernt, in denen sie mit ihrem Stamm leben. Am Hinterkopf verspüren sie einen dumpfen Schmerz und eine kleine Beule, als ob ein Flintsteinsplitter unter die Haut getrieben wurde. Sie stützen sich auf ihren Speer mit der Knochenspitze und richten sich auf. Ein Geräusch über ihnen lässt sie aufblicken. Eine seltsame Kreatur laut über ihnen. Sie ist anders als die Vögel, die sie sonst am Seeufer jagen. Sie hat keinen Kopf und keine Flügel und kann dennoch fliegen. Die Kreatur schimmert silbern und bewegungslos in der Luft, wie eine Wolke. Sie spüren, dass sie von ihr beobachtet werden. Oh Gott! Sie heben ihre haarige Faust mit dem Speer und drohen damit der Kreatur. Die Kreatur fliegt schnell davon und verschwindet aus ihrem Sichtfeld. Mit einem zufriedenen Grunzen machen sie sich zurück auf den Weg zu den Höhlen und dem Rest ihres Stammes. Sie gehen wieder ihren alltäglichen Pflichten nach. Der Jagd nach Nahrung, die Kämpfe um Frauen und gegen andere Stämme, die ihnen ihre Wier streitig machen wollen. Nach den entbehrungsreichen Tagen fallen sie nachts in tiefen Schlaf. Jedes Mal, wenn sie daraus erwachen, haben sie das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Dass da noch jemand anderes ist, der alles wahrnehmen kann, was sie sehen, hören und fühlen. In diesen Momenten befühlen sie die seltsame Beule an ihrem Hinterkopf mit der Hand und erinnern sich an die silberne Kreatur in der Luft. Die Luft wird kälter. Der Winter naht. Auf der Suche nach Nahrung müssen sie immer weitere Wege gehen. Wegen der beißenden Kälte schlingen sie Felle dichter um sich. Auf einer dieser langen Jagden kehrt der seltsame Vogel zurück. Sie können ihn hören, bevor sie ihn sehen können. Das ohrenbetäubende Brüllen kommt von oben auf sie herab. Der Vogel öffnet ein einzelnes riesiges Auge auf seiner Unterseite. Eine glühende Kugel. Sie versuchen davonzulaufen, aber aus dem Auge zuckt ein roter Lichtfinger. Das Licht umströmt sie und dann verlieren sie wieder das Bewusstsein. Gleich darauf erwachen sie auf Eletania. Sie liegen auf dem Rücken und das proteanische Artefakt steht unbeschadet über ihnen. Ihre Gefährten beugen sich zu ihnen herunter. Sie helfen ihnen auf die Beine. Sie sind verwirrt. Da war ein Lichtblitz, über den sie gestolpert sind, sagt einer der Gefährten. Alles in Ordnung, Shepard? fragt ein anderer. Sie antworten nicht gleich, sondern fragen sich, was diese Eindrücke zu bedeuten haben. Die Erinnerungen eines Cro-Magnon-Jägers, der von einem proteanischen Datensammler gefangen wurde? Wie lange haben sie die primitiven Menschen von ihrer Basis auf dem Mars aus beobachtet und die Ergebnisse analysiert? Was könnten sie daraus gelernt haben? Es geht mir gut, sagen sie schließlich. Und realisieren, dass dies ein Rätsel ist, das sie vielleicht niemals lösen werden. Vergessen wir die ganze Sache. Okay, haben wir eine Vision aus der Vergangenheit von unseren Vorfahren erhalten an dieser Stelle. Sehr viel Text zum Lesen war gewesen, interessant. Und wir haben quasi in der Haut eines Steinzeitmenschen gesteckt. Mal was anderes, warum nicht, kann man tun. So, gehen wir jetzt von den Trümmern nach Nord-Nord-Ost. Genau, und die Proteaner haben ja Ruinen auf dem Mars gehabt. Das heißt, sie haben dort Beobachtungsstationen offenbar eingerichtet gehabt. Und wenn die vor 50.000 Jahren ausgestorben sind, dann müssen sie die Menschen in einer relativ frühen Entwicklungsphase beobachtet haben. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, was Pro Magnon ist, aber ich nehme an, das wird dann wohl irgendeine Entwicklungsform des Menschen gewesen sein. Auf jeden Fall waren die Menschen da noch keine Homosakins. So viel ist schon mal klar. Huch. Stützen hier fröhlich durch die Gegend. Ich glaube, wir fahren mal da lang, das ist vielleicht besser. Ja, also, ist schon interessant, so dieser Gedanke, ne. Und das ist durchaus sein könnte, dass vielleicht irgendwann mal andere Spezies uns beobachtet haben könnten. Oder weiß, wer weiß. Man kann es nicht ausschließen. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, natürlich. Aber auszuschließen ist es nicht. Genauso wenig wie es auszuschließen ist, dass es anderes intelligentes Leben im All gibt. Es ist sogar relativ wahrscheinlich, muss ich sagen, dass es welches gibt überhaupt. Nur eben ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man niemals Kontakt zu ihnen herstellen wird. Oder jemals davon erfahren wird, dass es sie gibt. Weil die Wege eben so weit sind, dass eine Kommunikation unmöglich ist. Und wie soll man sich überhaupt erst mal finden? Das ist auch die Frage. Man wird für immer, ohne voneinander zu wissen, existieren. Aber dass es andere gibt, ist äußerst wahrscheinlich. Denn warum sollte die Erde der einzige Planet sein, der Leben hervorbringen kann? Das ist einfach nicht logisch. Es wird andere Planeten leben, die Leben ermöglichen. Und die auch Evolution ermöglichen. Und damit auch intelligentes Leben. Durchaus. Zumal das Allja unglaublich wie sich ist. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Schon allein statistisch muss es eigentlich irgendwo noch andere Lebensformen geben. Und auch mit intelligente Lebensformen. So, das Palladiumvorkommen nehmen wir noch mit. Gut. Wir wollen aber eigentlich zu den Trümmern. Zumindest ich will da hin. Und dafür sind wir gerade in der falschen Richtung ausgerichtet hier. So, nehmen wir nochmal die. Und versuchen es mal so quer über den Berg. Gut, ja jetzt die letzten Planeten, dachte ich mir, die können wir jetzt mal wieder ohne Pause zu machen mitnehmen. Da kann ich ja nochmal ein bisschen schwadronieren und philosophieren. Genau, also es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass es irgendwo noch ein anderes Leben gibt. Die Frage ist auch, was mich sehr interessieren würde, wie sieht dieses Anteilleben aus? Das ist halt auch immer so eine Sache. Hier bei Mass Effect sind alle, oder die meisten intelligenten Lebewesen, sagen wir es mal so, sind vierbeinig. Das gibt natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel die Rachen hier sind ja auch sehr intelligent. Anders intelligent vor allem. Und sind sechsbeinig, glaube ich. Ich glaube, die sind Insektoid, also sechsbeinig. Und wir werden auch im zweiten Teil den Vertreter einer Rasse kennenlernen. Ich glaube, der ist vierbeinig. Ich bin mir aber nicht sicher. Entweder der ist vierbeinig oder der hat vier Arme. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er auch alles andere als unintelligent. Wenngleich er für seine Spezies herausragend ist. Aber das werden wir dann alles noch sehen, was es für einer ist, worum es dabei geht. Und mal sehen, ob ich da noch dran denke, dass ich das hier im Let's Play für den ersten Teil mit erwähnt habe. Und wir brechen uns mal auf, ein bisschen auf der Muskelung. Und dann haben wir es geschafft und können uns beim nächsten Mal voll und ganz den Haupt noch trägen, so wie der Citadel mitnimmt. Es sei denn, irgendwann kommt nochmal ein neues Cluster reingeschissen. Das kann natürlich durchaus sein. Das werden wir dann am zugegebenen Zeit sehen. Zumindest wird es nicht mehr so eine riesige Session geben. Und im Mass Effect 2 und 3 gibt es den Marco auch nicht mehr. Da wird es dann anders geregelt alles. Die Ausflüge mit dem Marco, die gibt es nur hier im ersten Teil. Und ich muss sagen, es macht eigentlich Spaß mit dem kleinen Flummen hier durch die Gegend zu hüpfen. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also diese Physik des Marcos, die ist eigentlich, also die ist halt schon ziemlich abstrus. Aber die macht Spaß und es ist lustig, mit dem unglaublich ungebendes Terrain zu spriten. Vor allem, wenn man dann doch immer mal so mit den kleinen Raketentriebwerken sich abstoßen kann. Und das fetzt. Das ist cool. Halt, da drüben müssen wir erst noch hin. Ich möchte das Mineralvorkommen, Schwermetallvorkommen, was auch immer vorkommen, mit einsacken. Ich glaube, das ist da oben auf dem Berg. Ja. Und merkt schon, wie meine Stimme langsam zu krächzen anfängt. Ist aber auch kein Wunder. Nach so langer Zeit. Ich hoffe bloß inständig, dass die Aufnahme in Ordnung ist. Wenn so eine lange Aufnahme dann schief geht, das wäre echt mies. Na gut. Ein großes Goldvorkommen, das ist schön. 11.600 Credits. Daher wisst ihr auch, wo ich die ganze Kohle herab. Abgesehen davon, dass wir hier die ganze Zeit Zeug verkaufen müssen. Und man mit dabei, das Inventar lernen müssen. Ja, also wir haben mittlerweile, glaube ich, schon... Ich glaube, wir sind schon über eine Million mittlerweile. Also da ist echt unglaublich viel zusammengekommen. Aber gut, wir haben jetzt mittlerweile auch wirklich alles, alles an Clustern hier mit abgedeckt, die es irgendwie gibt. Also da ist ja unglaublich viel jetzt hier mitgemacht worden. Oha. Ich kann mich an das erinnern. Oh nein. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Ach nein. Eine affenähnliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Oh, das wird lustig. Ja, ja. Ja, Gareth, du triffst es auf den Punkt. Schaut euch das an. Ganz viele Affenkolonien. Die Anomalie war es da nicht? Doch. Natürlich. Ach doch, die bleibt bloß bestehen. Das ist ja das proteanische Ding. Gut. Ja, dann müssen wir wohl mal... Fangen wir im Süden an. Bei der Affenkolonie. Ich nehme an, hier wird es nicht sein. Aber was soll's. Und dann spüren wir mal ein bisschen Wohuhen mit Affen.